Und fünf und sechs und fünf, sechs, sieben, acht. Somit haben sich schon afrikanische und westafrikanische Kulturen vermischt. Ein Tanz von Sklaven, die ihre Herren nachgemacht haben. Und das eben auch sehr komödiantische Weise. Herzlich willkommen zurück beim Bei mir ist es schön Podcast Swing-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich wieder recht herzlich hier zur neuen Episode aus Hannover für die gesamte deutschsprachige Community. Ja, ich starte direkt mal mit der Social-Ecke. Und da habe ich jetzt zwei Geburtstage gefunden, die bis zur nächsten Episode stattfinden werden. Und da ist der berühmte Drummer Chick Webb oder auch Bandleader Chick Webb, der am 10. Februar Geburtstag hat. Und zwar ist er 1905 geboren worden. Er wurde leider nicht so alt, weil er diese Knochenkrankheit hatte, wo er nicht sehr groß wurde und die Knochen nicht so gewachsen sind, wie es eigentlich sollte. Ich glaube, er wurde so um die Anfang 30, glaube ich. Ja, aber den Todestag kann ich jetzt nicht. Aber jedenfalls ist er 1905 geboren. Und Skitz Talbert, kannst du auch gerne mal YouTube, auch ein toller Musiker, ist am 14.02., also am Valentinstag, geboren 1909. Ja, das sind die Geburtstage, die ich auf der Liste habe. Und dann kommen wir schon direkt zur Boris beiläufigen Bitcoin-Bemerkung. Da du dich jetzt schon mit gesundem Geld beschäftigt hast auf der Webseite, geht es jetzt nochmal um das Thema Mining. Also das Mining, also Bitcoin-Mining, ist das, was dem Bitcoin-Netzwerk neue Coins erstellt. Also es werden neue Coins ausschließlich durch Bitcoin-Mining erstellt. Und das nur bis zum Jahr ungefähr 2140. Und dann wird es keine neuen Coins mehr geben. Und gleichzeitig geht es zur Absicherung des Netzwerks. Das heißt, mit jedem gemeinten Block in der Blockchain wird alles, was davor passiert ist, nochmal bestätigt. Und je mehr es bestätigt wird, desto mehr wird es sozusagen als Wahrheit zementiert. Und somit ist das die Absicherung, dass wirklich jede Transaktion, also eine Überweisung mehr oder weniger, bestätigt wurde und von allen akzeptiert wurde. Und somit je mehr Blöcke, da das in Vergangenheit ist, desto sicherer ist es, dass es auch so stattgefunden hat. Und alle sind sich einig, dass alles soweit gut gelaufen ist. Und dass die Transaktionen, die da gemacht wurden, auch wirklich geschehen sind und so sein sollten. Von A nach B getransferiert werden sollten. Und das ist also das Mining sehr, sehr wichtig. Und weil beim Bitcoin-Mining es eine Methode gibt, in der es keine zentrale Partei gibt, wird hier das Proof of Work, also das Arbeitsnachweis-Mining angewendet. Und das heißt, dass also Energie und Strom, also Strom ist gleich Energie, angewendet wird, um eben aus der physischen Welt, also wirklich eine Maschine steht da, die was berechnet und das dann in die digitale Welt sozusagen übersetzt. Das heißt, dass dann nicht einfach irgendwie programmiert, technisch irgendwie nach allen zehn Minuten ein Block kommt, sondern dass es wirklich eine physische Arbeit ist, also eine physische, ja, in gewisser Weise schon, aber durch Maschinen eben. Und das nennt sich Proof of Work. Das ist eine Methode. Und das ist das Bitcoin-Mining, was das gesamte Bitcoin-Netzwerk mit dem Netzwerk und dem Geld, was da noch dann hängt, absichert und jede Überweisung für immer bestätigt. Und das von allen Teilnehmern im Netzwerk auch bestätigt wird. Okay, weiteres kannst du natürlich in Blogs und Videos nachschauen. Da verlinke ich nochmal ein paar Sachen in den Shownotes. High five, change topic. Was bleibt sind viele Themen, doch nur eines bleibt gewiss die Ausgangsfrage. Was ist Bitcoin eigentlich? Heute geht es um die Entstehung von dem Tanz Lindy Hopp. Und wie ich schon in der letzten Bildungsfrage gestellt habe, weißt du vielleicht schon die Antwort. Aber falls nicht, möchte ich dich nochmal ein bisschen, ja, historisch bilden, weil das aus meiner Sicht auch wichtig ist für aktuell tanzende Menschen, das zu wissen und sich immer wieder mal darin zu besinnen, wo denn dieser Tanz herkommt und auch das wertzuschätzen und die Traditionen hochleben zu lassen sozusagen und eben auch die Menschen, wo es herkommt, auch einzuladen, mitzumachen, weil das eben, ja, ich sag mal kein weißer Tanz ist, sondern das ist ein Tanz aus, ja, afroamerikanischen Wurzeln. Und zwar war das ja früher so, dass es ja Sklaverei gab und gerade in den USA oder naja, also erst wurde es in Russland und in Europa sehr viel gemacht, aber dann, was die meisten aktuell so kennen, ist diese Sklaverei in den USA, weil das natürlich immer noch ein Thema ist und das immer wieder hochgehalten wird. Aber ja, es geht jetzt um die Sklaverei natürlich der USA, weil dort eben auch der Tanz entstanden ist und dort wurden natürlich, ja, Menschen aus Afrika, aus dem Kontinent Afrika rübergeholt, natürlich mehr aus dem westafrikanischen Teil, am Osten waren die nicht so unterwegs, die Europäer sozusagen und haben dann eben die Sklaven verschifft in die USA, wo ja dann auch die Europäer dort ansässig wurden und die, die wir heute Amerikaner nennen, sind ja eigentlich ursprünglich auch Europäer, die, ja, weißt du ja selber, die Amerikaner, die dort ursprünglich mal waren, sowas wie die Indianer und andere Stämme, die werden ja nicht mehr leider im Moment nicht mehr so oder vielleicht aktuell nicht so als Amerikaner gesehen. Irgendwie, das sind ja die Indianer und die, was gibt es da oben noch, also Kanada ist ja nun mal auch Nordamerika. Ja, also jedenfalls gibt es da eben viele Kulturen, die von den Europäern verdrängt wurden und somit wurden eben auch von den Europäern durch große Schiffe die Sklaven verschifft nach Amerika, um dort eben zu arbeiten und die haben natürlich Kulturen mitgebracht. Und es war natürlich so, dass in Afrika das nicht ein großer Kontinent war und alle waren Freunde, so wie es eben Europa auch nicht so ist und in den USA, also nicht in den USA, aber in Amerika eben auch so ist. Es gibt Nordamerika, Südamerika, es gibt in Europa so viele verschiedene Länder und so ist es eben natürlich auch in Afrika gewesen und auch immer noch und so gab es eben sehr viele Stämme, die eben schon seit Jahrzehnten schon Krieg hatten und sich eigentlich nicht ausstehen konnten, aber dann mussten sie plötzlich auf der Plantage zusammenarbeiten. Und ja, somit haben sich schon afrikanische und vor allem eben traditionelle westafrikanische Kulturen vermischt, einfach durch das Zusammenleben. Natürlich gab es auch immer Stress und so, klar, aber es gab eben dort auch Vermischungen von den Kulturen und hier eben zum anderen eben auch Tänze. Also es wurde nicht eben nur die Sprache vielleicht gar nicht gesprochen, sondern es wurden auch dann Traditionen übernommen, angepasst, haben sich verboben und somit eben auch die Tanzkulturen. Und eine andere Quelle ist auch noch, also natürlich dann von den Europäern selber, die ihre Sachen aus England, also aus Irland, aus Portugal, aus Spanien, aus vielen, vielen anderen Ländern mitgebracht haben. Auch Tänze natürlich, neben Klamotten und Tischmanier, sage ich mal, keine Ahnung, irgend sowas. Und natürlich auch von lateinamerikanischen Gebieten, also zum Beispiel der Mambo Step, den gibt es da zum Beispiel zu sehen. Aber auch viele, viele andere, die eben alle in den Jazz und den Zwingen reinkommen sind, weil es eben die ganzen Kulturen sind. Und dann haben die natürlich versucht, sozusagen zu dieser Musik zu tanzen. Und das war eben dann, also sozusagen die Popmusik war dann eben Jazz mit den großen Livebands und Bigbands. Und dann haben sich eben diese verschiedenen Tanzkulturen vermischt und wurden dann unter anderem zu Lindy Hopp. Natürlich auch zu vielen, vielen anderen Tänzen, aber unter anderem auch zu Lindy Hopp. Und ich zähle jetzt mal ein paar Tänze auf, die so dem, also als Miteinfluss zum Lindy Hopp zählen. Das sind einmal traditionelle afrikanische Ringtänze, also wo Menschen im Kreis stehen und, ja, sich bewegen, vor und zurück gehen, also im Kreis sich bewegen oder auch nur vor und zurück den Kreis größer und kleiner machen. Teilweise mit Stöcken oder sowas, wo sie eben noch einen Rhythmus mit reinbringen. Ich habe jetzt hier auf YouTube noch nicht das Richtige gefunden, was ich verlinken könnte. Ich habe nur ein Video auf einer DVD. Das ist zum Beispiel hier bei der Entstehung vom Big Apple angebracht, dieser Tanz. Und da gab es eben einen Ausschnitt von, ja, von afrikanischen Tänzerinnen, die auf der Bühne was getanzt haben. Das war jetzt natürlich nicht von damals kein Video, das war ein aktuelles Video, aber zumindest ein traditioneller Tanz. Und da haben sie auch mit dem Stock auf der Bühne sozusagen ab und zu mal eben auf den Boden gestampft. Das hat natürlich auf der Bühne natürlich einen krassen Sound gegeben. Wie das jetzt auf der Erde ist, weiß ich nicht, aber es gibt natürlich immer einen Sound und eine Vibrierung im Boden, das natürlich auch, ja, was hervorruft bei Menschen. Und so sind das eben die Ringtänze. Also da ist natürlich sowas wie Jam Circles, der Big Apple und, ja, andere Sachen im Lindy Hop und Swing Tanz, die eben dann, wo es im Kreis passiert, das ist da dann her. Dann gibt es eine frühe Form des Foxtrot, wo dann auch eben um die Tanzfläche herum getanzt wird, mit großen Schritten eher. Dann natürlich der Stepptanz, da wird dann Rhythmus noch mit reingebracht. Die Tiertänze, also Animal Dances, das war auch früher eine ganz große Sache. Das war eher noch in 1800er Jahren, 1880 bis, ja, 1900, da waren die Tiertänze sehr, ja, verbreitet. Sowas wie der Turkey Trot, der Bear Hug, was gibt es noch? Ja, solche Dinge, ja, also auf Deutsch nochmal das Stolzieren des Truthahns oder das Umarmen des Bäres. Ja, solche Tänze gab es eben, die sahen entsprechend auch aus. Also es gibt nicht so viele Videos dazu natürlich, aber was du finden kannst, ist zum Beispiel der Texas Tommy. Da verlinke ich dir nochmal ein Video von dem, ja, also original Texas Tommy Tanz, weil das eben, jetzt kennen wir es als Figur sozusagen oder als Variation. Ich sage immer, es ist eine Swing-Out-Variation, aber es war eben ursprünglich mal ein Tanz, der Texas Tommy. Und da zeige ich dir mein Video, ja, wo das mal aufgenommen wurde, wie der ursprünglich mal getanzt wurde. Und dann haben wir noch den Break-Away. Break-Away heißt, dass einfach die Tänze auseinander gehen, weil früher wurde halt entweder Solo getanzt oder halt im Paar und das sehr, sehr nah. Also es wurden ganz viele Tanzschritte immer sehr, sehr nah im Oberkörper getanzt, unten waren dann die Füße wild, aber man hat nicht wirklich losgelassen. Und meistens hatten wir auch, also zwei Hände verbunden, einen um den Partner rumgeschlungen und die andere in der Hand. Siehst du auch, ja, von Shorty George, das Video von letzter Episode, siehst du auch, wo Shorty George tolle Fußvariationen macht, aber erst gegen Ende so aufbricht und sozusagen nur noch an einer Hand verbunden ist. Das war schon eine Besonderheit zu der Zeit damals. Und deswegen ist der Break-Away, also wo man komplett auseinander geht und wieder kurzzeitig Solo tanzt, das war eben auch nochmal ein Tanz, da wurde es eben auch nochmal mit aufgenommen und sagen, hey, das ist doch eine gute Idee. Und bei den Tiertänzen auch nochmal, früher haben auch viele Tänzer sich eben begeistern lassen oder inspirieren lassen von Tänzen an sich. Also du kennst das vielleicht von Frankie Manning, das Packing, ja, wo eben der Kopf vor und zurück gemacht wird. Das wurde natürlich auch von Hühnern abgeschaut, ja, oder von Tauben oder keine Ahnung welchen Tieren. Und ja, so wurden Akrobaten, andere Tänzer, ja, Clowns in den Shows oder halt Tiere als Inspiration genommen und das wurde alles mit aufgenommen in den Tanzreihen. Dann gab es natürlich noch den Charleston, der wurde auch natürlich um die 1800, 1900 Jahre getanzt, entweder Solo oder im Paar. Im Paar eher aufrecht, aber ja, da gab es eben auch noch verschiedene Elemente, die eben auch zum Lindy Hop geführt haben. Und ich habe immer hier den Black Bottom aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Charleston-Variation ist oder, ja, ich denke mal, es ist ein eigener Tanz, deswegen habe ich den Black Bottom nochmal mit aufgenommen. Und ja, das sind alles, ja, Einflüsse, die dann irgendwann mal zu diesem Swing-Tanz Lindy Hop geführt haben, den wir jetzt Lindy Hop nennen. Und dann ist eben im Endeffekt dann, der Lindy Hop hat sich weiterentwickelt, dadurch, dass die Dancefloors zu voll waren. Dann stand der Balboa auf der Balboa-Halbinsel. Dann gab es den Shack, der eher dann von den Jugendlichen nochmal ein bisschen anders getanzt wurde, auch vor allem am Strand. Und da muss man eben auch nochmal sich ein bisschen anpassen. Und ja, so gibt es eben nochmal kleine andere Verschiedene, äh, verschiedene Geschichten von anderen Swing-Tänzen. Aber so, es wurde eben, also das Swing-Tanzen, auch mit der Jazz-Musik und Swing-Musik, auch diese Kulturen, natürlich von der Musik her, sind eben genauso Einflüsse aus afrikanischen, lateinamerikanischen und europäischen, ja, Einflüssen, die dann zusammengeführt haben, einmal die Musik und den Tanz. Weil die Musik ist halt auch entstanden. Und da sind genau diese Dinge auch der große Einfluss gewesen, die Rhythmen der Afrikaner, die, ja, Melodien oder Strophen oder weiß ich nicht, der Europäer und, ja, die Bewegungen von lateinamerikanischen Tänzern, auch mehr Hüfte, weniger Hüfte und so weiter und so fort. Das hat eben ganz viel mit reingebracht. Und ja, deswegen sollten wir uns immer wieder daran erinnern, dass das ja vor allem auch in der People of Color Community getanzt wurde. Und irgendwann wurde dann eben das auch von den Weißen übernommen, also von den Europäern. Und gerade sowas wie der Cake Dance, äh, Cake Walk, der Cake Walk war eben auch ein Tanz, kann ich auch nochmal kurz erwähnen, das war ein Tanz von Sklaven, die ihre, ja, Herren oder Herrinnen nachgemacht haben. Und das halt eben auf sehr komödiantische Weise. Und die selber haben sich darüber nach, also totgelacht, also die Sklaven selber, weil das eben manche so krass übertrieben haben, dass das sehr so aussah wie ihre Herren. Aber sie durften natürlich das nie zeigen vor den Weißen, weil sonst wären sie ja totgeschlagen worden. Aber irgendwann hatten es dann doch mal die, ja, die Weißen eben gesehen. Herren ist immer so doof zu sagen, aber eben die, in Anführungsstrichen, die Besitzer der Sklaven. Also, naja, es war ja damals Besitzer, aber es ist mal, Menschen besitzen ist halt, naja, you know what I mean. Heutzutage nicht mehr möglich, aber, ähm, naja, ist vielleicht doch noch möglich, aber wollen wir da so tieflässig reingehen. Also, die Sklaven hatten das eben getanzt bei einem, ja, an ihrem Abend nach einem Feierabend, an ihrem Feierabend hatten, haben sie sich so zu sagen, haben sie halt die anderen, die Weißen halt beobachtet und geschaut, wie sie da immer herstolzieren. Und, ähm, ja, den ganzen Tag verbringen, ihren, wenn sie durch den Park laufen oder sonst irgendwelche unnützen Sachen machen und sie sind eben diejenigen, die arbeiten. Und das haben sie eben dann parodiert, haben dann vielleicht noch irgendwo Kleidung gefunden, die sehr, die ein bisschen schicker aussah oder so ein Sonnenschirm oder sowas. Und dann haben das eben dann doch mal Weiße gesehen, weil die dann gelacht haben und gegrölt haben und so. Und dann sind dann die Weißen eben hingegangen, haben das gesehen und haben gedacht, also haben das so verstanden, dass sie gerne weiß wären und gerne eben der Society angehören würden. Und dann haben sie halt gesagt, ey, wir machen mal einen kleinen Contest, derjenige, der uns am meisten zum Lachen bringt und sozusagen am, ja, das irgendwie am lustigsten macht, der bekommt ein Stück Kuchen. Und Kuchen hatten die natürlich nie bekommen. Also Kuchen war natürlich wie, ja, wie ein Goldstück. Also es war ja, ja, was Süßes, was Leckeres mal so als Nachtisch oder als Zwischenmahlzeit. Das war natürlich, bei Sklaven halt, ja, hatten die so gut wie nie bekommen. Und deswegen war das natürlich auch ein Anreiz für die. Und dann haben die natürlich nochmal ein bisschen extra Accessoires bekommen, irgendwelche langen Handschuhe und, ja, diese Schirmchen und Hüte und Schuhe, Kleider und so weiter und so fort. Und dann sind die dann eben langstolziert und das nannte sich dann der Cakewalk, weil die eben, ja, gewalkt, stolziert sind und dann gab es eben am Ende einen Kuchen. Und das war halt eben ein Missverständnis der Weißen, dass sie dachten, naja, die wollen so sein wie wir, aber guckt mal, wie lächerlich die sich machen. Und von den Schwarzen war es eben so, ja, guckt mal, wir machen die dumm nach und die lachen jetzt selber über sich. Wie bescheuert sind die, die verraffen ja gar nichts. Ja, also es ist schon sehr skurril, irgendwie eine lustige Story, aber dann doch irgendwo eine ziemlich krasse Story. Aber das war eben dann auch ein Tanz, der sich entwickelt hat aus der Kultur der Sklaven und somit ist eben der Cakewalk, ja, ein Entertainment Dance, der aber eine etwas schwierige Hintergeschichte hat. Trotzdem wird der ab und zu mal auf Veranstaltungen getanzt als kleines Turnier oder als kleiner Wettkampf, was ja auch dem Entertainment gilt. Und so war es ja auch die Grundidee. Nur wie gesagt, es war eben dann von Sklaven für Sklaven und dann war es dann doch für die Weißen und somit ist der Cake da mit reingekommen, also der Kuchen. Ja, strange Story. Ich hoffe, du hast verstanden, was da passiert ist. Okay, dann würde ich jetzt mal schon wieder diese Episode abschließen und würde mich freuen, wenn du diese Episode weiter empfiehlst, weil nur dadurch kann sie wachsen. Und ja, die Geschichte ist ein wichtiger Teil des Tanzes und deswegen sollte aus meiner Sicht auch viele Menschen darüber Bescheid wissen. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut zusammengefasst hier. Und wenn du bei der nächsten Episode auch mithören möchtest, da geht es dann um die erste Generation der Lindy Hopper. Und da möchte ich gerne mal von dir als Bildungsfrage wissen. Weißt du, wer neben Shorty George einer der großen Tanzvorbilder war für den berühmten Tänzer Frankie Manning? Also wer war ein Vorbild für Frankie Manning neben Shorty George? Also du weißt jetzt schon, ein Vorbild von Frankie war Shorty George. Aber wer war es noch? Gut, dann kannst du natürlich auch hier mal eine gratis, also einen Monat lang eine gratis Mitgliedschaft gewinnen bei der ersten deutschsprachigen Online-Swingtanzschule, wenn du daran teilnimmst. Ich drücke dir dafür ganz fest die Daumen und dann kannst du durchgängig, wann auch immer du möchtest und wo auch immer du möchtest, deinen Tanz verbessern. Du kannst entweder die kompletten Basics lernen als Leader und als Follower oder aber du erweiterst dein Wissen um Styling, um Fußvariationen, um Rhythmus, um Klarheit der Schritte und vieles mehr. Ja, Solo Charles ist auch dabei, also du kannst Solo tanzen oder im Paar tanzen, wie du es gerne möchtest. Und ich habe auch natürlich ein paar Tipps, wie du alleine zu Hause tanzen könntest, wenn du jetzt gerne Paar tanzen machen möchtest, aber keinen Partner hast. Ja, da gibt es auch viele Ideen dazu per Video und per Blogpost. Genau, das findest du dann alles in der Online-Swingtanzschule. Ja, des Weiteren würde ich mich freuen, wenn du diese Episode teilst und auch vielleicht bei YouTube, das ist ja auch ein YouTube-Video dazu, kannst du auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke drücken und 5-Sterne-Bewertungen geben auf Apple und Spotify. Und wenn du auch die Value-for-Value-Sache nutzt, also wenn du jetzt hier Mehrwert bekommen hast und würdest mir gerne ein bisschen Wert zurückgeben, kannst du das gerne über einen Value-for-Value-Podcast machen, wie zum Beispiel Fountain.fm. Das ist eine kleine App, wo du auch den Podcast hören kannst und dann über Lightning, also Bitcoin-Lightning, mir ein paar Satoshi rübersenden kannst. Ansonsten kannst du natürlich auch gerne über PayPal machen. Ja, alles Weitere findest du in den Shownotes und ich bedanke mich für dein Zuhören und bis zum nächsten Mal, sag ich mal, und freeze!